1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8 Easy 5, 6, 7, 8 Okay? Easy! Passo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aber wenn die Bachata, wenn das Bachata ist, ist es sicher weil ein Buch ja leer machen nur die Frauen und sie machen das mit einem Buch ist es 1, 2, 3, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Da bin ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fünf, sechs, sieben, acht. Zusammen! Sieben, acht, nach Hause. Ah ja! Sieben, sechs, sieben. Die Dame! Also, Dame! Sieben, sechs, sieben, acht. Und alle! Alle, die Leute! Wir Männer haben immer, egal ob bei Schalz, bei Chattal, oder bei Schalz, oder bei Schalz, oder bei Schalz. Wer kennt das? Wer kennt das? Wir tanzen mit einer Frau. Wir gucken uns an. Wir schminken sie toll aus. So, wir machen unsere Moks. Shit. So, wir vergessen so viel. Ja? Wir gucken, wenn sie uns da noch anguckt, wir sind so. Basic. Okay? La Lori. Bei Werner de Bachata, die Figuren einen Namen zu geben, die meisten, die sind alles Tänzeln von unserer Stadt. So, wir können sie selber besser merken. So. Ist das. Basico. Uno, dos, tres, y cuatro, cinco. Vi dile que no. Ja? Uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete. Und wir machen die Romantik erst langsam auf. Wir bauen die Romantik erst langsam auf. Dann, wir zeigen der Dame die Sterne. Uno, dos, tres, y cuatro, sie geht hinterher und er sagt, beim Tanzen ist es so, siehst du diesen Stern? Okay? Sie zeigt auch diesen und in dem Moment, wo sie zeigt diesen, sie zeigt ihn. Mit dem Quadro. Wir gehen. Cinco, seis, sieben. No, no, Bachata. So. Okay? Ist das? Ja, okay. Wir beginnen uns auch noch heute. Okay. Basico. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco. La Lori. Vi dile que no. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete, stopp. Alle Damen sind mit dem Rücken zum Kreis. Mit dem Rücken zum Kreis. Jetzt ein Basi. Und wir öffnen bei dem Basi. Uno, dos, tres, y cuatro. Die rechte Hand hält ihre... Die linke? Ja. Cuatro. Das ist ihre linke Hand. Der Mann geht jetzt mit dem rechten Fuß links an der Dame vorbei in den Kreis. Ja? Und wir drehen die Dame. Cinco, seis, siete. Okay? Und während wir die Hand werfen, wir einen Flip. Und gleichzeitig unser Kopf flippen zu ihr. Okay? Okay. Jetzt. Die Männer. Zeigen ihnen die Kreise mit dem Basi. Uno, dos, tres, y cuatro. Und herzen uns auch Damen. Wir gucken, wenn wir die Sterbe regeln. Wir gucken alle zu den Sterben. Niemals guckt ihr den Sterben hoch. Hallo. Wir sind... Mary. Und Thomas. Wir sind hier auf dem Mini Dance Art Festival in Düsseldorf. Ihr müsst hier hinkommen. Das ist amazing. Genial. Und... Wir freuen uns Teil diesem wunderbaren Projekt zu sein. Und gerade laufen spannende Workshops. Gerade war Sook dran. Gleich sind wir dran mit Rueda de Bachata. Ich ziehe die Tschürmittel. Heraus zu Ende. Und ich sehe, meine perception,